Als ich das Testergebnis bekommen habe, habe ich mich erstmal zurückgezogen und wollte allein sein. HIV-Positiv und Freund sein? Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich da jemals wieder rauskomme aus der Intensivstation. HIV-Positiv und Überleben? Als ich die Diagnose bekam, habe ich gedacht, das darf jetzt nicht sein. Ich bin Mutter. HIV-Positiv und Mutter sein? HIV und Aids geht uns alle an. Sag uns deine Meinung unter www.welt-aids-tag.de Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag.